Bitte machen wir eine super sauve Sache in den Nauen. Viel Spaß beim Suchen. Ikatsu! Hallo Trainer. Guck mal, wo wir hier sind. Wir sind auf Recherche-Tour. Willkommen in der Ikatsu-Region. Oh, wie schön die glitzert. Wow. Wir sind im Pokémon-Himmel. In der alten Potsdamer Straße 7. Und hier haben die seit September so einen Bereich, da gibt es lauter Pokémon-Zeug. Und wir wollen ja für unsere nächste Sammelkarten-Tauschbörse mitreden können. Ich hab das ja. Wir haben vor ein paar Tagen japanische Booster bestellt und da war das Shiny-Ewudi drin. Das ist der Kuba. Ja, ja. Dankeschön. Gäste nicht. Zu bezahlen? Nee, nee. Und jetzt öffnen wir Papi's Dach. Der Kuhthelm klingt ja schon großartig. Goppel! Phase 1 von Raupen. Ich hab auch einen Raupen. Eine Lady. Ich hab leider keinen Hilfe. Oh, da glitzert ja was. Sechso. Und hoppla. Oh ja. Emotivatisch. Schmettbuch. Energie. Okay. Bis zum... Hesetag. Du erst bei den Ackermäusen. Und dann im Olga Binario. Es ist wieder soweit. Ich muss die Hasenwiese mähen. Ich bin Xing Lang und ich bin vom Mikado e.V. Und wir sammeln heute mit über 80 bis 90 Kindern zusammen aus Nauen. Äh, nö. Ja. Conny, möchtest du eine Nadel empfangen ins Kopf stechen? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ich bekomme schon leichte Kopfschmerzen. Heute Abend gibt's eine Lesung aus diesem Buch hier. Das heißt, die Überlebenden. Jetzt haben wir noch einen Termin beim Bürgermeister. Ja, mal gucken, was dabei rumspringt. Was dabei rausspringt. Was dabei rumspringt. Was dabei rumspringt.